Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RCB Ruder Baustelle. Und ja, ihr seht, es ist ein bisschen aufgeräumter. Ich habe viel vorbereitet. Und heute wollen wir jetzt uns endlich an diese ganzen Module hier machen, an das zum Einstecken und so weiter, damit das endlich fährt. Und ich habe tatsächlich ja schon relativ viel vorbereitet. Es waren auch einige Stunden, die hier draufgegangen sind, bis das alles getestet war, bis ich mir das sicher war, wie ich das machen möchte. Und damit ich das nicht vergesse, was ich mir überlege, habe ich mal hier einen Plan gemacht. Den gehen wir gleich durch. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt hier schon mal die ganzen Sachen zusammengelegt. Machen wir mal auf. Das heißt, hier habe ich das Kabel Plus, Minus und habe hier die ganzen Beschriftungen gemacht. Blinker links, Blinker rechts und so weiter. Die Kabel schon mal abgelenkt ein bisschen, damit das ein bisschen vorbereiteter ist. Das hier sind die Positionslichter. Dann haben wir hier noch das Servo-Kabel. Hier ist das Kabel für den Motor. Hier ist das Plus- und Plus-Kabel, das habe ich schon mal hergerichtet. Das hier sind die Anschlüsse von den hinteren Lampen. Auch hier habe ich mal soweit alles beschriftet schon, dass wir jetzt hier nicht ewig lang umeinander düdeln, nur um rauszufinden, welches welches ist. Und ich tue mir natürlich einfacher, weil ich habe das dann einfach rüber mit zu meinem Netzteil genommen. Und dann kann ich das klack, klack, klack einfach alles anschließen. Und wie gesagt, ich habe schon mal mir Gedanken eben gemacht, was alles wohin muss. Das hier ist das Bündel von hinten, vom Anhänger, von den Lichtern. Hier unten haben wir noch Kipp-Anschluss, also für den Kipper mit Endabschalter. Hier haben wir noch die Positionslichter und hier haben wir das Fahren. Also diese eins, zwei, drei, vier Anschlüsse haben wir vom Anhänger. Dann haben wir hier eben, wie gesagt, die hier und dann der Rest kommt alles von vorne. Und ich möchte es soweit steckbar machen, dass also ich das auch mal schnell auseinanderbauen kann, wenn irgendwo was sein sollte. Was kommen alles für Module rein? Wir haben hier ein 4-Kanal, 4-Memory-Speicher, also 4M. Das heißt, er merkt sich das. Hier kann ich einfach vier verschiedene Kanäle durchschalten. Ich habe hier dieses Frontblitzer-Modul, das wir mal testen. Ist im Kran hier auch drin, habe ich ja euch gezeigt. Da ist es auch schon verbaut, funktioniert einwandfrei, finde ich. Nicht so gut wie das andere, aber es tut seinen Dienst. Hier ist der Truck Profi 2 Regler. Der hat hier automatisch mit das Blinken links, Blinken rechts und eben drei Schaltkanäle. Ist also auch wunderbar. Dann haben wir hier, den habe ich jetzt schon soweit vorbereitet. Einmal den Truck Evo 3. Das heißt, das ist hier der Fahrregler. Und der hat automatisch hier unten Bremslicht und Rückfahrlicht mit drauf. Das heißt, den habe ich angeschlossen. Und dann muss man hier einmal drücken. Das ist alles in der Bedienungsanleitung beschrieben. Da ist der programmiert und weiß, wo ist der Nullpunkt und so weiter funktioniert. Hier oben drauf, Huckepack, ist mein kleiner AS 12 6 RW Regler für das Kippen. Das heißt, ich habe hier einmal den Anschluss fürs Kippen. Ich habe hier zweimal den Anschluss fürs Fahren. Einmal für das Fahrzeug, einmal für den Anhänger. Dann habe ich hier Plus Stromversorgung. Der versorgt jetzt hier beide. Und ich habe hier natürlich meine zwei Anschlüsse für den Empfänger. So. Hier haben wir den Empfänger. Hier haben wir noch ein UBC Stromversorgungsmodul mit 6 Volt. Das passt auch. Die Rundumleuchte ist schon eingebaut. Und wir haben jetzt hier im Endeffekt, und dazu kommen wir jetzt, ich möchte hier eine Schalttafel oder eine Stecktafel bauen. Und dazu habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich nehme es kurz runter. Das heißt, das ist so eine Lochrasterplatine. Hier hat hinten so Lötpunkte drauf, dass man das schön anlöten kann. Und dann habe ich einfach zwei so U's. Ich habe es jetzt gedruckt, können wir aber auch aus Alu ohne Probleme machen. Das wird da festgeschraubt. Und dann nachher wird es hier eingesetzt und hier auf den Rahmen geschraubt. Und dann habe ich hier meine Stecker, mit denen ich im Endeffekt alles direkt einstecken kann. Nämlich einmal, wir gehen es kurz durch. Ich habe hier einmal ein 6er, 6-Pin-Modul. Das sind dann die Rücklichter. Also diese hier nur vom Anhänger. Dann machen wir ein 2er hin fürs Fahren. So, dann machen wir ein 2er hin fürs Kippen. Vielleicht ein bisschen nebeneinander, damit es nicht so schlampig ausschaut. Ich setze die natürlich gleich nochmal rein. Und jetzt da haben wir Positionslichter und ein Dauerplus. Hier würden wir ein 2er reichen. Ich will aber einen 3er nehmen, denn dann verwechsel ich die nicht und stecke nichts falsch ein. Beim Fahren und Kippen wäre es nicht ganz so schlimm, denn es sind beides mal die gleichen Regler in Anführungszeichen, also Fahrregler. Und dann würde er so gesehen, wenn ich auf Fahren gehe, würde er plötzlich kippen. Und wenn ich auf Kippen gehe, würde er plötzlich fahren. Das wäre einfach nur vertauscht, würde aber nichts weiter passieren. Bei den Positionslichtern natürlich schon, weil dann hätte ich einen Fahrregler auf den Positionslichter geschalten. Das ist natürlich völliger Morx. So, das wäre jetzt das eine. Das ist alles, was von hinten kommt. Das heißt, diese Bündel hier machen wir nachher den Stecker hin. Ich habe schon ein paar vorbereitet. Für die 6er haben wir hier wunderbar schon mal Stecker mit Kabel. Die habe ich schon so bestellt. Und für den Rest haben wir hier so eine Box mit lauter Pins. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Und so eine Krimpzange. Und dann können wir uns da die 2er und 3er selber krimpen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das wäre alles, was von hinten kommt. Und jetzt haben wir noch von der Zugmaschine einen Anschlussbündel. Und zwar dieses hier. Das hätte ich auch gerne steckbar gemacht. So, dann mache ich mir das einfach. Denn dann lege ich alle Kabel. Und ihr seht, es kommt jetzt relativ viel zusammen. Hier zusammen auf der Platine. Also einmal kommt dieses Bündel. Wird hier eingesteckt. Und ich habe noch einen 6er Stecker, der von vorne kommt. Für Abblendlicht, Fernlicht und den ganzen anderen Kurscht. So sieht das Ganze aus. Und wie gesagt, ich habe jetzt dieses Modul hier drin. Das heißt, das kann ich alles einstecken. Und von dem hier gehe ich jetzt erst zu den Reglern. Das heißt, ich habe hier einmal den Truck Profi 2. Der hat auf Kanal 1 Rücklicht, Abblendlicht. Das habe ich ja vorne wie hinten. Und habe natürlich auch hier mein Abblendlicht. Also hinten habe ich zweimal Rücklicht. Weil ich habe es hier einmal auf der Zugmaschine ein normales Rücklicht. Auf dem Anhänger ein normales Rücklicht. Und gleichzeitig leuchtet das Abblendlicht. Also der Kanal 1 steuert im Endeffekt alle drei Sachen. Dann haben wir Blinker links und Blinker rechts. Das habe ich auch vorne an der Zugmaschine und am Anhänger. Dann habe ich ein Fernlicht. Das habe ich nur vorne. Und einen Frontblitzer. Der hier auch vorne. Und da wird im Endeffekt nur dieses Blitzer-Modul dazwischen gekleppt. So. Das heißt, wir haben mit diesem Modul hier schon mal den Großteil abgefrühstückt. Und jetzt haben wir nur noch den Fahrregler, der einmal das Fahren hat mit zwei Kanälen. Und eben Brems- und Rücklicht, was hier noch einmal nach hinten geht und einmal hier hin. Ja. So. Dann haben wir den Fahrregler fürs Kippen. Das ist der einfachste. Der kriegt einfach nur Plus Minus, wird am Empfänger angeschlossen und dann kippt's. Das haben wir vorne in der Zugmaschine nicht. Und jetzt habe ich eben noch als Zusätzliches diesen Vier-Kanal-Mini-Schalter. Und der steuert einmal das Positionslicht und einmal die Rundumleuchte. Das mache ich direkt mit diesem Kameraden hier. Was den Vorteil hat, ich kann die Positionslichter steuern. Und ich kann die Rundumleuchte auch über die Fernbedienung aus- und anmachen. Und sie ist nicht daueran. So. Und das Abbiegelicht ist ein komplett eigenes Ding. Und hier baue ich diesen von schon vor besprochenen Servoregler ein. Und da werden wir einen Mischer programmieren, dass im Endeffekt, wenn ich links abbiege und wirklich links lenke, dann geht dieses Abbiegelicht mit an. Wenn ich nur ein bisschen lenke, eben nicht. Müssen wir mal schauen, dass wir das programmiert bekommen. Wir haben auf Kanal 4 noch den Längsservo und auf VCC die Stromversorgung. Also ihr seht, hier sind auch die Kanäle gleich dementsprechend beschrieben. Hier haben wir überall Dauerplus. Mit Plus wird alles versorgt. Und die anderen schalten ja einfach nur auf Minus durch. Genug gelabert, genug der Theorie. Wir fangen an und löten jetzt einmal schon mal die Steckverbindungen hier auf. Und werden dann hier die Kabelschuhe bzw. die Stecker mal crimpen und das Ganze mal probieren, ob das alles funktioniert. Den hier werden wir machen. Und hier vorne natürlich auch. Und dann werden wir die einzelnen Module an das ganze Ding hier anschließen und verkabeln. Und das Ganze wird jetzt nochmal ein richtiger Spaß. Denn es schaut immer aus, es hätte man unwahrscheinlich viel Platz. Man hat ihn aber nicht. Was ich noch gemacht habe, damit ihr euch nicht wundert, das hier. Ich dachte mir, ich mache einen Rahmen. Aktuell ist leider nur eine Schablone. Das heißt, dieses Teil hier definiert den Platz, den ich hier unter den Sitzen drin habe. Das ist das hier, dieser Hohlraum. Ich wollte es eigentlich so machen, dass ich das hier einbaue und dann hier draufstecken kann. Dann kann alles hier drin liegen bleiben. Das geht aber nicht richtig, denn ich muss hier ein bisschen einfädeln und dann ist es wieder zu hoch und dann geht es nicht. Aber ich nehme es jetzt einfach mal als Probeschablone, damit ich weiß, wo kann ich was ungefähr platzieren. Bloß, dass ihr euch nicht wundert, was das hier ist, brauchen wir erst später, wenn wir die Module dann hier alle einbauen. Also, legen wir los. So, dann wollen wir mal schauen. Ich habe das mal so ein bisschen hier hergesteckt, wie ich es jetzt haben möchte. Denn wir haben ja hier noch diese Strebe drin. Das seht ihr nicht. Super. Also, hier ist so eine Strebe. Die habe ich auch markiert. Und wenn ich das alles so mache, dann kann ich es wunderbar einbauen. Jetzt müssen wir es auf der anderen Seite festlöten. Ich halte es gerade mal fest. Man sieht jetzt hier, wie die Pins rausgucken. Hier kann ich jetzt wunderbar einen Lötpunkt setzen. Aber ich darf natürlich nicht vergessen, dass hier unten überall nachher auch noch Kabel hin müssen. Denn ich muss ja von jedem Stecker wiederum zu den Modulen. Und teilweise werde ich die Module hier direkt anlöten. Und teilweise werde ich einfach nur erst mal ein Kabel ziehen. Und dann der Einfachheit halber, wenn ich weiß, wo das Modul hinkommt, das dann machen. Weil nicht alle Kabel sind zu lang. Das heißt, jetzt muss ich erst mal das hier soweit löten. Dann kann man das mal reinstecken. Und dann werden wir die ganzen Steckverbindungen auf jeden Fall schon mal vorbereiten und machen. Und dann geht es weiter. Und im Endeffekt, wenn ich mir das so richtig anschaue, haben wir hier immer die gleichen. Das heißt, hier werde ich noch mal schnell umbauen und werde das umdrehen. Denn dann können wir nachher einfach ein Kabel durchziehen. Dann machen wir das mal anders. Jetzt blöden wir erst mal die drei hier hin und dann schauen wir weiter, oder? Hätte ich gesagt. Das geht ganz gut. Ich kann es hier gut auflegen. Die Höhe passt. So, das geht ja wunderbar. Dann haben wir die hier schon mal alle drauf. Und nachher machen wir dann einfach nur die Kabel damit hin. So, das wären die drei. Die halten auch schon. Und jetzt brauchen wir die anderen drei. Ich bin gerade beim überlegen, ob wir die nicht vielleicht so rum hinstecken. Und die ersten drei müssen gleich sein. Dann müssen wir es gleich so machen. Dann wäre zwar alles in einer Linie. Und wir müssen gucken, dass wir die hier auch immer rein und raus kriegen. Aber ich glaube, das geht ganz gut. Ja. Ja. Ja, so werden wir es machen. So, sieht das Ganze jetzt aus. Den haben wir mit ein bisschen Abstand gemacht, dass ich weiß, das ist der für vorne. Und das sind jetzt im Endeffekt die zwei für hinten. Und die sind ja tatsächlich komplett auch gleich belegt. So. Dann schauen wir mal. Wir haben hier die. Genau, die schauen genau gleich aus. Das passt auch. Gut. Hier haben wir jetzt mal dieses Teil hier drin. Und jetzt müssen wir mal weiterschauen. Hier kommen jetzt alle von dem hinteren Lichter. Und die sollen ja hier in diese Steckerbuchse oder in die hier eingesteckt werden. Und jetzt ist es so, ich habe hier ja diese Kabel. Und ganz clever wie ich bin, habe ich mir auch gedacht, ich könnte ja hier einfach die Dinger hier rausnehmen, die Kabel. Und neu einkrimpen mit diesem hier. Das heißt, dass ich halt wirklich nur so ein, so vielleicht habe. Und dann laufen die Kabel hier rein. Ich habe das auch getestet. Zeigt euch das mal. Das hier ist eins von diesen Metalldingern, die man da vorne an die Kabel macht. Jetzt ist es aber so, das ist so filigran und so popelig hier. Und diese Kabel, die sind so übelst dünn. Denn wir haben ja hier diesen ganz kleinen Querschnitt von den Kabeln. Dass tatsächlich dieses Teil nicht richtig hält. Also ich habe es probiert, aber wenn ich dann irgendwie ein bisschen rumroddel, dann rutscht das wieder raus, das Kabel. Und es wird nicht richtig, also nicht so fest gekrimmt. Ich habe es jetzt zwei, dreimal probiert. Irgendwie, was ist das denn? Es wollte nicht. Es wollte einfach nicht. Ja, ich werde es jetzt so machen. Wir werden jetzt hier die relativ kurz abschneiden. Und hier auch abschneiden. Und dann hier zusammen löten. Und dafür habe ich jetzt auch schon mal gleich ein paar kleinere Schrumpfschläuche geholt. Denn wie beim letzten Mal mit diesen kleinen Kabeln hier, habe ich die Problematik, dass das gar nicht so richtig zusammenzuschrumpfen ist. Weil diese Kabel einfach doch so irre dünn sind. Und dann sind selbst die kleinen Schrumpfschläuche zu groß. Das heißt, wir schneiden die jetzt hier ab. Und das machen wir wirklich eine nach dem anderen, damit ich hier die Beschriftung nicht verliere. Das heißt, wir haben hier Bremse, Blinker, Links, Blinker, Rechts, Brücklicht und so weiter. Und die hier sind ja jetzt farbcodiert. Das heißt, das ist dann auch gar kein Thema mehr. Denn ich weiß ja, welche Farbe dann welches Kabel ist. Da brauche ich auch die ganzen Beschriftungen nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch angenehmer als mit dem anderen. Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn ihr sagt, ihr seid nicht unbedingt die super Feinmotoriger, lastet. Kauft euch einfach fertige Kabel, wo ihr nur noch zusammen lötet. Ich habe ja hier einmal diese Sechser, die sind eben schon fertig mit den Kabeln. Ich könnte auch tatsächlich die Kabel ja austauschen. Ich kann die ja raus machen, im Endeffekt hier. Einfach ein bisschen drauf drücken, dann löst sich diese Feder und dann kann ich die Kabel, ich könnte die Reihenfolge tauschen, ich könnte aber auch die Farben tauschen oder so. Das wäre jetzt hier alles kein Thema. Und da waren mit dabei eben diese Sechser-Huchsen, die wir hier auch verbaut haben. Das hier ist wesentlich angenehmer, ich verlinke es euch unten. Und das zweite Set ist eben dieses hier, heißt mit Zange, mit Krimp-Zange. Und es ist jetzt für mich auch nichts Fremdes, also ich habe das ja, also nicht das, sondern so Sachen wie Krimp habe ich halt schon oft. Ist also auch jetzt nichts, was ich jetzt noch nie gemacht hätte. Okay, aber dieses Zeug ist so futzi klein und ich habe jetzt hier mal eins von diesen Zweiern und jetzt zeige ich euch das mal. Hier ist dieses, ich weiß gar nicht, ob es die Kamera, ich bräuchte ein Mikroskop für euch. So, das ist also wirklich klein. Ich zeige euch das mal hier so am Daumen. Also es ist wirklich purpellig klein. So, was habe ich gemacht? Weil einfach die Kabel, die bei den anderen hier abgeschnitten haben, sowieso übrig waren. Habe ich mir also so ein Kabel geschnappt. Ich nehme mal hier so ein blaues. Und dann wird es hier so ein bisschen abgemantelt. Und es gibt eine Anleitung. Und tatsächlich muss ich sagen, man muss es halt genauso machen. Und das macht es eigentlich nochmal so kompliziert. Das heißt, hier ist einmal, wie ich es einlege in die Zange. Ich hoffe, man sieht das mit den ganzen Lichtern hier. Das heißt, ich muss das hier reinlegen. Muss aufpassen, dass der hier vorne das vordere Teil nicht mit kaputt drückt im Endeffekt. Weil sonst kann ich es nachher nicht mehr verwenden als Stecker. Also wenn ich jetzt das zweit da drinnen hätte. Und dann ist es so, dann muss das Kabel noch genauso rein, dass auf dem hinteren Teil... Gott, wie zeige ich euch das? Ich hoffe, man sieht es dann. Guck mal, so. Ich hoffe, die fokussiert auch hier mal irgendwo. So, gucken wir mal. Ich hoffe, ihr seht es. So, hier haben wir ein hinteres Teil. Weil diese großen Laschen halten nur das Kabel. Und diese kleinen Laschen drücken dann im Endeffekt, dass die offene Litze, also das, was abgemantelt ist, zusammen. Und das hier vorne darf gar nicht zusammengedrückt werden. Also das ist im Endeffekt hier eine absolute Katastrophe eben. Und dann ist es so, dass das ganze Ding eben auch da so zusammengebastelt werden muss. Und ich habe es jetzt im Endeffekt wie folgt gemacht. Ich habe mir dieses Teil hier geschnappt. Ich habe das Kabel genauso reingesteckt, wie es muss. Also nicht zu weit und nicht zu kurz. Weil wenn es zu wenig ist, ist das Problem, dann hält es nicht. Und wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel. Dann isoliert es und dann habe ich gar keinen Kontakt. So, und ich habe es jetzt einfach so gemacht. Ich habe hier das hier schon mal so ein bisschen zusammengedrückt. Einfach damit das hier auf dem Kabel schon mal hält. Denn jetzt kann ich das hier in meine Krimzange hier einführen. Und zwar trotzdem ganz vorsichtig, weil es hält ja noch nicht wirklich. Und dann wird das hier einmal zusammengedrückt. Einmal zu, einmal auf. So. Das war es. Aber es ist halt eine Popelei. Und vor allem, wenn man halt da doch ein Paar machen möchte oder muss, dann ist das echt ein Aufwand. Und jetzt habe ich hier so ein Fähnchen auf der einen Seite. Auf der hier ist so ein ganz kleiner Widerhaken hier oben. Und damit kann ich das hier auf die Seite, wo die Löcher sind, oben einfach reinstecken. Dann hält sie das hier fest und fertig. Ist eine tolle Sache, die Kabel so selber zu machen. Aber wie gesagt, es ist echt filigran. Also ihr müsst euch damit einfach im Klaren sein. Es ist eine Anleitung dabei. Das Set ist toll. Die Zange ist auch gut. Ich komme mit der Soweit super gut klar. Die liegt auch gut in der Hand. Das ist alles geschmeidig. Aber es ist halt einfach ein filigranes Gekuchen. Also das müsst ihr wissen. Aber wir wollen ja auch gleich weitermachen. Das heißt, ich habe hier schon mal wieder ein bisschen was parat gelegt. Denn als nächstes werden wir hier die Module einbauen. Und ich hätte jetzt gesagt, also was kommt? Kurzer Umriss. Die Module werden jetzt hier alle angelötet. Nach und nach. Und dann werde ich hier die ganzen Stecker, also leere Stecker, hier im Endeffekt einstecken. Ich weiß nicht, ob ich die hier nehme. Ich weiß es noch nicht. Denn ich möchte es schwarz lackieren. Und dann ist es gut, wenn da natürlich ein Stecker drauf ist, dass die ganzen Pins hier nicht den Kontakt verlieren. Aber ich will es natürlich nicht so lassen. Das schaut ja behämmert aus. Also ich möchte es noch schwarz lackieren. Und wie gesagt, da werde ich dann die Stecker eben einstecken. Auch bevor hier Beschwerden kommen. Das hier wird alles nochmal schön natürlich verpackt. Also hier, die kriegen auch so einen schönen Nylonschlauch außenrum. Oder eben so ein Kabelding hier. Und dann sind die auch schön. Ich würde jetzt anfangen mit dem Kameraden hier oder mit den Zweien. Das heißt, wir haben ja hier den Kipper-Fahrregler und den Fahren-Fahrregler. Und der Fahren-Fahrregler. Fahren-Fahrregler. Wunderbar. Hat Rücklicht und Bremslicht direkt hier mit drauf. Und ich habe mir gedacht, den hier packen wir direkt hier hinein. Und ich habe hier ja so eine Bodenplatte gemacht. Jetzt sieht man es. So, hier. Im Endeffekt einfach nur ein Stück Plastik. Habe ich da unten reingelegt und von unten einmal geschraubt. Da vorne. Und dann ist es einfach da drin. So, hält es. Und ich kann ein paar Kabel nach vorne einfach in diesen, ich sage jetzt einfach mal, in dieser Rille unter dem Akku nach vorne schmuggeln. Und genau. Hier brauche ich aber nicht so viel. Ich habe hier nur Plus und Minus. Und der Rest brauche ich ja sowieso nur hinten. Das heißt, ich habe ja das Kippen. Ich habe das Fahren. Das brauche ich nur hier und hinten. Ich habe Brems- und Rücklicht. Auch das brauche ich nur nach hinten hin von der Beleuchtung her. Das heißt, ich habe nur meine Stromversorgung, die von vorne kommt. Und die Anschlüsse am Empfänger. Und der Rest brauche ich sowieso nur hinten. Daher habe ich mir gedacht, den packe ich hier einfach direkt hier unten rein. Dann geht der mir vorne schon mal gar nicht im Weg um. Und dann müssen wir einfach schauen, dass ich den hier irgendwie, ja, hier ein bisschen unterbringe. Wie gesagt, dann kommt ja hier dieses Teil hier drauf und dann ist das ganze Zeug weg. Vielleicht lege ich auch einfach noch eine schwarze Pappe drüber. Dann ist das alles weg. So. Die Achse hier hat schon einen Anschluss. Wird also einmal hier einfach nur angesteckt. Und wir machen hier auf den Fahren-Anschluss auch einfach nur eine Buchse mit dran. Die löten wir von unten hin. Und dann können wir den Fahr-Fahrregler direkt einstecken. Die Sachen für Rücklicht und Bremslicht löten wir auch direkt hier auf. Und wir haben noch das Kippen. Und auch das werde ich hier direkt auflöten. Dann haben wir im Endeffekt diesen Part schon mal erledigt. Und wie gesagt, durch das, dass ja hier eigentlich alles direkt auch drauf kommt, kann ich auch diesen ganzen Batzen hier dann so einsetzen. So zumindest mal der Plan, ja. Weil wie gesagt, das hier brauche ich nur einstecken. Und alles andere kommt dann eh wahrscheinlich von vorne. Außer, ich finde noch den Platz hier. Das sehen wir dann für ein anderes Modul. Dann werden wir unter Umständen gleich eins der anderen Module hier auch noch direkt mit dazu bauen. Wenn wir den Platz einfach hier haben. Ich lege mal hier los und werde immer wieder mal ein bisschen das nebenher erklären. Ich lege mal hier los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So sieht das ganze Ding jetzt hier aus Wir haben hier den Anschluss für das Fahren Und wir haben jetzt hier noch den Anschluss für Brems- und Rücklicht Wird hier auch nur eingesteckt Jetzt fehlt noch das Kippen Das würde ich ja auch hier drauf löten Ich bin nur tatsächlich gerade am überlegen Ob ich den nicht vorher einfach lackiere Denn dann wäre das Thema erledigt Und dann kann ich das hier schön einbauen Also das hier ist der ganze Strang, der nach vorne geht Hier haben wir im Endeffekt das gleiche wieder Wie schon hundertfach wir jetzt von den Lampen Im Endeffekt überall nachher gekarrt haben An Anschlüssen Positionslicht Fernlicht Dauerplus Abblendlicht Blinker links Blinker rechts Und das Frontblitzer-Modul Das hier ist alles Und das geht jetzt hier nach vorne Und wird dann an die Module angeschlossen Aber wie gesagt Ich werde das jetzt erstmal lackieren Und dann können wir es nämlich final Dementsprechend auch einbauen Und ich brauche das ganze Zeug nicht nochmal rausrupfen Denn wir müssen die ganzen Anschlüsse ja an die Module anbauen Und das ist auch nochmal ein Gefremel Also so wird es jetzt erstmal weitergehen Und dann schließen wir die Module an